Guten Tag meine Damen und Herren, es geht um Ihr Gehirn, in dem sich Milliarden von kleinen grauen Zellen mittels letztlich Stromimpulsen unterhalten. Das heißt Informationen zuspielen und Informationen verarbeiten, für wahrnehmen, denken, entscheiden und handeln sorgen. Als erst mal klar war, dass Nervenzellen nicht Energie in irgendeiner Weise aufladen, sondern Informationen verarbeiten und sich miteinander unterhalten auf elektrische Weise, dann war auch klar, man könnte ja versuchen mit Strom irgendwie, nicht nur zu versuchen dem Gehirn zuzuschauen, das hat man so in den 20er Jahren angefangen mit Strom abzuleiten aus dem Gehirn, das ist schwierig, weil das Gehirn ja im Knochen drin steckt und der Strom nicht raus kann. Man hat umgekehrt versucht, das Gehirn zu stimulieren. Das ist auch schwierig, weil ja, da ist der Knochen da und in den 20er Jahren haben Neurochirurgen, darüber habe ich schon mal gesprochen, das Gehirn direkt mit Strom stimuliert. Es gab aber auch Versuche, das anders zu lösen, nämlich zu sagen, ja, wir wissen doch eigentlich, dass Magnetfelder in einem Leiter einen Strom hervorrufen. Und dann müsste es doch eigentlich möglich sein, mittels eines Magnetfelds von außen, also ohne Strom von außen, aber mit Magnetfeldern von außen, irgendwie mit dem Gehirn in Wechselwirkung zu treten. Die Idee ist, 100 Jahre alt, wie man an dem Bildchen hier beispielsweise sieht, Sie sehen hier ist eine Spule und da ist hier eine heftige Maschinerie, die Strom erzeugt. Und hier ist die Versuchsperson, wie man damals so als Versuchsperson gut gekleidet ins Labor kam. Und dann hat man versucht, mit Hilfe von Strom und Magnetfeldern hier im Kopf was auszulösen. Die Versuche waren zum Teil ziemlich heftig und auf dem nächsten Bild sehen Sie einen, der hat es wahrscheinlich am meisten übertrieben. Der ganze Kopf ist voller Magnete, sehen Sie bis da oben hin. Und man hat versucht, durch Magnetfelder sozusagen geistige Phänomene zu beeinflussen. Man hat gedacht, naja, im Gehirn spielt sich viel mit Sehen ab und hat gehofft, dass man zum Beispiel See-Eindrücke, also Lichtblitze zum Beispiel, oder andere bunte Schleier oder was auch immer finden könnte. Man wollte natürlich auch noch ganz andere Dinge tun. Man wollte sich auch überlegen, ob man zum Beispiel ein Gehirn, was nicht mehr so richtig funktioniert, vielleicht wieder auf Vordermann bringen kann mit Magnetfeldern. Ideen, die ja schon bis ins vorletzte Jahrhundert zurückreichen, so um die Mitte hatte der Herr Messmer solche Ideen. Wurde damit ziemlich berühmt, aber funktioniert hat es damals zumindest nicht. Hier hat es ein bisschen funktioniert, es wurde aber wieder verlassen, weil es eigentlich nichts weiter war als was ganz Kurioses. Und hat es dann ziemlich lange gedauert. Letztlich nämlich hat es technische Entwicklungen gebraucht, die darin bestanden, dass man ganz viel Strom für ganz kurze Zeit durch einen Leiter fließen lassen muss. Wenn man das tut, ganz viel Strom durch eine Spule, dann entsteht da ein ganz starkes Magnetfeld. Und diese starken Magnetfelder, die reichen dann auch ein Stück weit. Eben nicht nur so ein bisschen, sondern die reichen ein Stück weit so weit, dass man eben damit bis unter die Schädeldecke kommt und tief in den Körper hinein, auch bis unter die Haut und tief in den Körper hinein und dass man damit Nervenzellen tatsächlich anregen kann. Auf dem nächsten Bild sehen wir das Prinzip, man sieht hier so eine Spule, da gibt es verschiedene Formen, manche sind einfach nur rund, manche sind zweifach rund. Und dann sieht man eben diese acht hier und hier sehen Sie Nervenzellen. Sie sehen, wenn die Spule hier im Prinzip oben drüber ist, das Schöne an Magnetfeldern, die gehen überall durch. Wenn Sie hier oben Strom hintun, dann wirkt die Kopfhaut und vor allem der Knochen als Isolator und der Strom geht nicht ins Gehirn. Wenn Sie aber ein Magnetfeld hintun, das geht einfach durch. So können Sie mit dem Magnetfeld, wenn es stark genug ist, tatsächlich hier Nervenzellen beeinflussen. Wie sieht so ein Magnetfeld aus? Muss man ja wissen, um zu wissen, wo im Gehirn spielt sich was ab, wenn sich dann was abspielt. Nun, das nächste Bild zeigt Ihnen, wie im Prinzip sozusagen das Magnetfeld konfiguriert ist. Wenn hier die Spule ist, dann ist hier abgebildet die Stärke des Magnetfeldes. Und Sie sehen, bei so einer runden Spule, wie ich auch nachher eine mitgebracht habe, sieht man, hat man hier eine sozusagen in dem Rund der Spule und von da ein starkes Magnetfeld, das fällt nach außen und auch nach innen weiter ab. Manchmal will man ganz besonders fokussiert genau stimulieren. Dann nimmt man diese Achtspule, das nächste Bild, und bei der Achtspule, das ist die hier, da schafft man es tatsächlich, ein sehr fokussiertes Magnetfeld zu haben. Das heißt also ein Magnetfeld, was genau da stimulieren kann und nicht da und nicht da. Wenn man also sozusagen wie mit dem, ja ich hätte beinahe gesagt, Skalpell als Neuroschulurg diese und jene Funktion ändern will, aber die andere nicht. So kann man von außen, werden wir noch sehen, tatsächlich mit Gehirnfunktionen auf diese Weise interagieren. Auf dem nächsten Bild ist es nochmal angedeutet. Da sehen Sie hier wieder symbolisch die Spule eingezeichnet. Hier sehen Sie ein halbes Gehirn, deswegen nur ein halbes, weil man kann die ja heute am Bildschirm, wenn man erstmal die Scans hat, 3D aufbauen und dann sozusagen herausschnipseln, wie man sie braucht. Deswegen hat man hier nur ein halbes gebraucht. Und dann hat man hier einfach mal geguckt, wie stark ist denn das Magnetfeld. Das kann man einerseits messen, andererseits eben auch berechnen und hat hier berechnet, wie stark ist das Magnetfeld in den verschiedenen Gehirnwendungen in Abhängigkeit davon, dass die Spule ihren Mittelpunkt genau hier hat. Nun möchte ich das nicht nur so erklären, ich möchte es Ihnen auch vormachen, damit Sie sehen, wie das heute funktioniert und dass das heute im Grunde gar kein Hexenwerk ist. Was ich hier mitgebracht habe, ist ein Magnetstimulator und dieser Magnetstimulator schafft es also, unglaublich viel Strom, mehrere tausend Ampere, das sind bei 3000 Volt, aber über weniger als eine Millisekunde kurz auf eine Spule zu tun. Würde der länger fließen, wäre das gar nicht gut, weil da würde die Spule schmelzen, so heiß würde das Ganze werden, aufgrund der unglaublich vielen Energie, die hier beteiligt ist. Nun, damit Sie sozusagen nicht sehen, erstmal was passiert, ich habe hier die Spule, hier ist, das ist in Kunststoff drin, Kupferdraht, ein paar Wicklungen mit Kupferdraht und dieser Kupferdraht, der sorgt dafür, dass der Strom fast verlustfrei durchgeht und dann sozusagen hier gut funktioniert. Wenn ich hier einfach drauf drücke, macht es einen kleinen Laut und dieser Laut wird bedingt durch diesen Strom hier und zeigt an, aha, es hat funktioniert. Nun kann ich eben hergehen und damit zunächst mal zum Beispiel einfache Nerven stimulieren, die Nerven, die hier langlaufen, zu meiner Hand und an der Hand hier die Muskeln bewegen. Ich tue das einfach mal und dann sehen Sie hier, Achtung, ich muss mal gucken, ob die Intensität stimmt, probieren wir es mal aus. Upp, hat gut funktioniert, tut nicht wirklich weh. Es ist auch nicht ganz schmerzfrei, weil hier sitzen natürlich auch kleine Analog-Digital-Wandler, also kleine Tastkörperchen, die auch stimuliert werden. Nun, das ist so, das kribbelt so ein bisschen, es ist ein bisschen unangenehm, aber nochmal, man sieht ganz schön, wie wenn hier die Nerven, die zu den Muskeln ziehen, angeregt werden, dass dann tatsächlich durch den, wupp, wupp, dass dann die Muskeln funktionieren. So. Es sind unglaublich starke Ströme, die hier fließen und das kann man auch demonstrieren. Man nimmt einfach eine Metallscheibe, legt die hier drauf und wenn ich jetzt das Magnetfeld einschalte für, wie gesagt, weniger als eine tausendstel Sekunde, wird in diese Metallscheibe auch ein Strom induziert, der wiederum bedeutet, dass die Metallscheibe magnetisch wird und der wiederum bedeutet, dass sich die Magnetfelder gegenseitig abstoßen. Auf gut Deutsch, die Metallscheibe fliegt nach da. Und das ist ein ziemlich heftiger Effekt. Ich zeige es Ihnen jetzt einfach mal. Achtung, vier, drei, zwei, eins und los geht's. Upp, und da haben wir es. Sie sehen, das ist tatsächlich jede Menge Energie. Energie. Mit dieser Energie schaffe ich es, mein eigenes Gehirn zu beeinflussen. Das mache ich Ihnen jetzt vor. Ich muss aufpassen, wenn ich es falsch mache, würde ich jetzt einen epileptischen Anfall erleben. Das darf nicht passieren, deswegen muss ich das Gerät richtig einstellen. Aber wenn ich das richtig tue, dann wird mir schon nichts passieren. Ich fange auch sozusagen mit mäßiger Stromstärke an. Mäßig heißt nur ein paar tausend Volt. Okay, jetzt probieren wir es mal. Wichtig ist, dass ich versuche, den Motorkortex, erinnern Sie sich dieses Stückchen Gehirnrinde, das im Gehirn dafür sorgt, dass meine Nervenzellen die Muskeln aktivieren. Ich versuche also, den Motorkortex anzuregen, indem ich das Feld hier oben, oder die Spule, so positioniere, dass ich, ich hoffe es mal, den Motorkortex erwische. Das wird mir wahrscheinlich beim ersten Mal nicht glücken, aber wenn es mir glückt, dann zuckt eben die Hand, nicht weil der Nerv erregt wird, sondern weil die Zellen, die hier oben normalerweise das machen, von außen dazu gebracht werden. Probieren wir es mal. Noch nicht so viel. Jetzt. Jetzt bin ich sozusagen an meinem Motorkortex und stimuliere den und Sie sehen, das klappt tatsächlich. Und wenn ich das jetzt drei-, viermal machen würde, würde ich einen Krampf in der Hand bekommen. Das ist unangenehm, deswegen mache ich es auch nicht. Aber ich zeige es Ihnen nochmal. Ich halte die Hand hierher. Wenn ich woanders hingehe, zuckt vielleicht mein Auge. Das ist auch unangenehm, aber nicht mehr die Hand. Das haben Sie gesehen. So. Sie werden sich fragen, das ist aber eine eigenartige Sache. Wofür kann man das denn brauchen? Das macht man ja nicht zum Spaß, sondern das macht man, weil man es brauchen kann. Nun zunächst mal, diese Apparate gibt es noch gar nicht so lang. Etwa 20 Jahre. Und vor 20 Jahren hat man das gemacht, was im Grunde ganz klar ist, dass man es machen kann. Wenn Sie jetzt hier den Muskelreizen, oder Entschuldigung, hier die Nervenzelle reizen, die für den Muskel zuständig ist. Und dann können Sie Folgendes machen. Sie können gucken, wie lange dauert es denn, bis der Muskel zuckt. Wenn Sie das tun, dann können Sie das genau machen. Das geht ja Millisekunden genau. Und die Messung der Muskelzuckung, beziehungsweise der Muskelantwort, das können Sie auch mit einem kleinen Drähtchen sogar, können Sie gucken, wann kommt denn der Strom an. Diese Messung der Muskelantwort geht eben auch auf Millisekunden genau. Das heißt, Sie können messen, wie lange braucht denn der Impuls von da nach da. Und wofür braucht man das? Nun, es gibt bestimmte Krankheiten, bei denen sind die Leitungszeiten verlängert. Nämlich dann, wenn die Kabel sozusagen nicht optimal isoliert sind und die Kabel eben ungünstig erkrankt sind, in dem Sinne, dass die Isolationsschicht die Nervenfasern richtig schnell macht, kaputt gegangen ist. Wenn das passiert, dann findet man, und das ist ein sehr feines Maß, einige wenige Millisekunden Verlängerung der Zeit, die es braucht, bis ein Impuls von da nach da gelaufen ist. Und diese Zeit, die können Sie mit dieser Methodik ganz, ganz, ganz genau messen. Nun, das ist zwar die erste Anwendung, das wird heute in neurologischen Kliniken und Praxen routinemäßig gemacht, dass man solche Leitungsgeschwindigkeiten vermisst. Es gibt aber viele weitere Anwendungen. Man kann natürlich hergehen und kann jetzt überlegen, gibt es denn Erkrankungen, bei denen das Gehirn nicht mehr so richtig arbeitet? Und können wir vielleicht mit Magnetfeldern hergehen, um dem Gehirn bei der Arbeit wieder so ein bisschen den kleinen Schubser zu geben? Weiterhin, in der Forschung kann man hergehen, kann sich überlegen, wir wissen ja manchmal, dass ein bestimmtes Stückchen Gehirn diese Leistung macht, ein anderes Stückchen jene. Aber wir würden es gerne manchmal noch ein bisschen genauer wissen. Und man kann diese Methode benutzen, um praktisch eine ganz kurzzeitige Abschaltung bestimmter Gehirnbereiche zu sehen. Sie würden sagen, wieso Abschaltung? Ich habe es doch eingeschaltet, das stimmt. Aber es ist mit diesem Magnetpuls, machen Sie sozusagen so eine Art Reset. Wer einen PC hat, Sie wissen, was passiert, wenn Sie Control-Alt-Delete drücken. Da geht es aus und es geht wieder an. Und letztlich machen Sie das mit den Nervenzellen, wenn Sie da so einen Magnetpuls überbraten. Die gehen alle, wupp, aus und wieder an. Alle gleichzeitig. Und das können Sie verwenden, um sozusagen die Funktion, was da gerade passiert, abzuschalten. Und das eben ganz millisekundengenau. Und wenn Sie diese anderen Spulen nehmen, auch ziemlich genau auf ein paar Zentimeter. Und wenn Sie das richtig positionieren, sogar auf ein paar Millimeter. Das ist wichtig, denn Sie können damit in der Tat Gehirnsbereiche vermessen. Und dieses Vermessen benutzen, um wesentliche Erkenntnisse übers Gehirn zu gelangen. Ich fasse zusammen. Vor 100 Jahren hat man schon Magnetfelder verwendet oder zu verwenden versucht, um dem Gehirn auf die Schliche zu kommen. Vor 150 Jahren hat das Ganze sogar viel Furore gemacht beim Herrn Mesmer. Heute und erst heute sind wir mit der Neurowissenschaft in der Lage, diese Methodik auszunutzen. Und mit dieser Methodik sowohl neue Dinge übers Gehirn herauszubekommen, als auch Patienten mit bestimmten Erkrankungen zu behandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017